Wir werden gebeten, das Krankenhaus zu verlassen, bevor sie sich noch etwas anderes einfangen. So! Neue Aufnahmesession, neues Glück. Wir waren hier stehen geblieben. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Das habe ich geschafft. Forschungsprojekt. Das heißt, ich baue eine Forschungsstation. Für uns Geld. Das, was wir nicht haben. Wir müssen uns nehmen. Unten brauche ich... Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Aber da drüben. So. Jetzt stellen wir noch einen Krankenpfleger. Mit einem Ausmeißer, einem besseren unterritten. Und noch einen Assisten. Ein Arzt in die Forschungsabteilung bitte. Session? So, was haben wir denn zum weiterbilden? Psychiatrie, können wir den Grundkurs ja machen, für die zwei Harvest. Ich brauche die Station, kann ich die ganze Zeit länger machen. Sacha? Noch ein Bett. Anmerkung an die Patienten, hegen Sie keine finsteren Gedanken. Kardiologie haben wir, Psychiatrie haben wir. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Toilettenbaum. Achtung Promi, bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Die Station haben wir. Die Abbildung haben wir auch. Schlesungsanlage werden wir da machen. Oh, haben wir gesagt. Stopp gedrückt. Oh, da wollen wir nicht mehr machen. Oh, da wollen wir nicht mehr machen. Ich hab's auch nicht mehr. Stopp gedrückt. Ich erinnere mich noch gut, wie der Geruch von Mutters Karamellpudding durchs Haus zog, während wir Kinder im Salon heraubtobten und meine Schwester mal wieder ihre Lieblingsmurmeln verschluckte. Lassen Sie uns wissen, welche meiner Kindheitserinnerungen Ihnen am besten gefällt. So teuer. Dann braucht er ein bisschen. Das machen wir trotzdem. Das wichtigste. Den Patienten muss ich noch halten. Das sieht aber nicht aus, weil ich es gerade kann. Genau. Überkurse. Zwei war halt nicht schlimm. Was zu lernen auf jeden Fall. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, stellen Sie bitte auf eigene Faustermittlungen an. Ich werde auf jeden Fall abholen. Der wird um die Reparatur des Unterfass gebeten. Ja, wer gut arbeitet, kriegt auch eine Beförderung natürlich reingeflattert. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung ganz dafür. Das ist unser Fehler, dass der Müll am Boden fällt. Aber viel. Behandlung ist gescheitert. Das ist ganz schlecht, weil wir jetzt noch mal kein Geld haben. Was haben wir denn mit? Die aus dem Krebs von in der heutigen Ausgabe von Bittlebirths Bewertungen nehme ich Geburtstagskerzen von Flamme unter die Lupe, Flamingtons führenden Anbieter von Kerzen und ostasiatischem Küchenzubehör. Da wollen sie sich auch was enttrinken und essen. Was können wir da hinstellen? Mit der Art Schale. Wir haben diese 5.000 jetzt nicht, aber in Kürze. Ich probiere noch ein klein wenig, noch ein klein wenig. Ich muss das nochmal machen. Wie funktioniert das weiß ich jetzt nicht. So ganz. Dauert noch. Ich hab da welche eingesetzt. So. Die Busse zum Krankenhaus erwarten ein höheres Passagierumkommen als die Busse auf dem Rückweg. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Das hat das Auto mal. Das ist ein Leck-Auto mal. Das passt nicht. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Umtreffers gebeten. So. Sehr schön. Ich hab nichts mit dem zu tun. Sehr schön. Äh. 37.000. 76.000. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. Das Jahr ist fast vorüber. Dann. Jetzt noch mal laufen lassen, ob der was kommt. Jetzt kommt er. So. Jetzt kommt er an Flamington. Alles, was ich. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von nur ein Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. Nur ein Shampoo. Es reinigt ihre Haare, aber es verändert nicht ihr Leben. Das ist der Anio Two Point. Patienten mit grauer Anatomie treffen ein. Ist er schon? Oh, das war so schick, weil das dauert, ne? Benötigt. Hm. 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 Plハst. Wenn wir uns draußen haben, ein Hafenohaus, eincomings unit max harcos, kann ich jetzt noch herrksoleher, effekt Neverland Drysans Box und es haben wir noch inischertirte eine Radiologie für den betrieb des megascanners wird ein arzt benötigt entleuchtung kann habe ich doch da kann ich noch arzt praktisch aber Sehr schön. Ich muss sagen, ich brauche einen Arzt, der das fertig macht hier. Ich kann ja nicht ewig warten. Ich will ja ernst sein. Sehr schön auf jeden Fall. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Ich habe hier eine Nachricht von Georg, er schreibt, hallo Nigel, alles Gute zum Geburtstag. Krankenauswert, Ruf. Ist das nicht reizend? Hallo Georg, vielen Dank für deine Glückwünsche. Doch eine solche unziemliche Frage kann ich leider nicht beantworten. So... So. Ähm, die Bezo. Ähm. Ah, okay. Das muss ein Targeting Sun sein. Es besteht Spukgefahren Krankenhaus. Ich kann jetzt hier meine Marketing... Ich will bitte, dass es geht. So, eine kleine Kampagne... Mal ein, ja? Ich brauche wen, der auch Radiologie... ...kann... So schön... ...die Fortschritte der modernen Medizin bewunderte oder, so wie ich, beim Anblick der Bedingungen in unseren meistbesuchten Einrichtungen... ...die Fortschritte der Bedingungen... So... Patienten treffen jetzt auf der Station ein. ...die Fortschritte der Bedingungen in den nächsten Jahren anrufen... ...die Fortschritte der Bedingungen in den nächsten Jahren anrufen. So, tschüss. Das kann ich jetzt tun. Oh, oh, da war er hin. Jetzt muss ich noch ein bisschen verschwören, natürlich auch mit Pflanzen. Valentare. Ein paar schöne Pflanzen. Der Megascanner ist halt jetzt total an zweitem Bonn einfach. Genau, welchen Baum wollt. Echt lieber ins Minus wie geil. Entschuldigen uns für den Müll, den sie auf unserem Boden verteilt haben. Eieieiei. Eieiei. Jetzt mal. Schau. Soll übergeschraubt werden, da haben wir ja schon Ufer 2, werden jetzt einfach unser ganzes Kontingent, kein Assistenten, der... Gut. Dann mal Stufe 3 machen, das hat zwar Geld, aber... Freude. Ich hoffe, sie hat Ihnen einen guten Vorgeschmack auf mein reguläres Format geboten. Leider müssten Sie nun einen ganzen Monat darauf warten. Auf Wiederhören! Sehr schön, sehr schön.